wie bei uns ist einer am gelben ping womöglich dieses fuse direkt am ping ja ja gelben er bringt an ich hätte schon ein paar minuten zündes da ist weil wir gerade unterwegs waren du wirfst das uns genau in den weg ich wollte das eigentlich da oben an die weggewerfen ja dann sind wir abgerannten die tasse losgelassen der wirst das natürlich fenster ist sicher herzschlag sensor eingesetzt ich dachte du jagst uns beide in die luft nur noch ein gegner übrig